Hi, herzlich willkommen bei einem neuen Video vom Papa Liebfleisch Hammer Barbecue. Das hier ist ein neues Spielzeug. Der Napoleon Freestyle 425 Zip. Was der kann, wie der ist, nach meinem Intro. Gucken wir uns den mal an, oder? Ich bin seit gestern stolzer Besitzer meines ersten Napoleon Grills und zwar diesem wunderschönen Prachtexemplar, den Napoleon 425 Zip. Zip heißt, er hat auch einen Seitenbrenner und zwar eine kleine Mini-Sizzle Zone. Ich bin total in love bei dem Gerät. Habe ich gestern bekommen, habe ich gestern Abend noch aufgebaut. Ging relativ easy, obwohl er fast komplett auseinandergebaut war. Aber es waren trotzdem nur ein paar Schrauben, die ich setzen musste und ganz schnell konnte ich dann auch schon mit Untertal und Obertal Hochzeit feiern und die Verkabelung bzw. die Verschlauchung, nennt man das so, der Gasschläuche vor sich nehmen. Ja, und jetzt steht er hier in seiner ganzen Pracht. 425 bedeutet, er hat uno, dos, tres, quadro, Brenner, deswegen die vier. Warum die 25? Vielleicht kriege ich damit 25 Leute satt. Habe ich eigentlich gar nicht nachgefragt, wofür die 25 ist. Aber es wird wahrscheinlich irgendeine Größenanzahl sein. Wenn man aufmachen, fällt uns was auf. Kein Edelstahl, sondern Gussroste. Gussroste speichern die Hitze so richtig schön, geben sie dann wieder an das Grillgut zurück. Hier vielleicht mal an einem schönen Steak oder so, wo wir dann ein geiles Branding hinbekommen. Aber eigentlich brauchen wir das ja gar nicht, weil wir können ja jetzt sizzlen. Yes! Die Sizzle Zone wird an der Sizzle Zone auch gestartet. Also jetzt nicht hier irgendwie ein eingebauter Drehregler noch dabei, sondern separat als Teil erhältlich. Warum? Wahrscheinlich ganz einfach deswegen, weil es die Version auch nochmal mit einem Seitenkocher gibt. Oder halt auch gänzlich ohne. Was ich hier ein bisschen vermisse, ist ein Heckbrenner. Laut Napoleon brauchst du den aber gar nicht, weil die hauen so auf die Kacke, dass sie mir noch dabei Folgendes mitgegeben haben. Eine Rotisserie. Ja, damit können wir jetzt dann auch schöne Karussellhähnchen oder auch mal einen geilen Braten aufspießen. Hier oben die Gussroste rausnehmen. Hier oben das emaillierte, das ist so ein schwieriges Wort, emaillierte Ablagerrost wegnehmen. Und dafür dann natürlich die Rotisserie einsetzen. Und dann mal richtig schön burnen. Burnen müssen wir jetzt auch noch, weil ich habe ihn gestern noch gar nicht ausgebrannt. Das wollte ich mir jetzt für jetzt aufsparen. Und ihr dürft dabei sein. Guckt mal näher ran. Hier seht ihr nochmal die einzelnen Drehregler. Hier die schönen Gussroste. Und wenn ich die jetzt nochmal kurz rausnehme, ganz schön schwer. Hier sind emaillierte Flammschutzschilde, beziehungsweise halt die, heißen die hier Flavor Bars? Ich weiß das gar nicht. Der eine nennt es so, der andere so. Emailliert, ich gucke mal wie lange die halten. Bin ich nicht unbedingt der größte Fan von. Aber man muss einfach auch dazu sagen, bei dem Grill ist natürlich auch der Preis ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Unter 1000 Euro. Wie viel genau, sage ich euch gleich. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir starten die Motoren. Eindrücken. Umdrehen. Und auf volle Kanne. Jetzt machen wir den Deckel zu. Und brennen den erstmal für 20 Minuten aus. Nach 12 Minuten ist der Zeiger, ihr seht es, ich zoome mal etwas ran. Schon über 400 Grad. Also da ist richtig Power hinter. Ja, und die wollen wir jetzt mal messen. Kommt mal her. Die ist übrigens auch sehr cool. Hier ist so ein Gummibezug. Ja, der ist schon ein bisschen hart. Genau, der ist schon ein bisschen warm. Und alter Schwede. Puh. Ich muss mal mein Bier hier wegstellen, sonst kocht das gleich. Der hat Hitze. Wie viel? Das finden wir jetzt raus. 415 Grad. Komme ich irgendwo noch mehr? Nein. Jetzt geht es auch schon weg, weil der Deckel natürlich offen ist. Also, Leute. 415 Grad und, wie gesagt, nach 12 Minuten war er soweit. Es qualmt auch nichts mehr. Rückstände sind hoffentlich alle jetzt weg. Ich mache den kleinen Süßen jetzt auch mal aus. Und wir gehen mal rüber zum Sizzlen. Und hier seht ihr jetzt auch schon die Sizzle Zone natürlich mit Deckel. Man kann auch noch was abstellen. Aber nur dann, wenn sie natürlich aus war, die Sizzle Zone. Weil sonst wird die doch, oder der Deckel schon sehr heiß. Es ist nur eine kleine Sizzle Zone. Aber dennoch passt hier natürlich eine Pfanne mal drauf oder ein Wok drauf. Der mit abgeflachten Boden. Ansonsten hat dieses Sizzle Zone etwas, was ich absolut feiere. Und es funktioniert. Prost, meine Lieben. Und es schmeckt. So. Also. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Einen Flaschenöffner eingebaut. Und jetzt müssen wir sie nur noch starten. Hier ist der Starter. Hier strömt das Gas raus. Und jetzt drehen wir mal. Man hört es so ganz eben. Da ist er an. So. Also das braucht schon ein bisschen, bis er anspringt. Und jetzt gehen wir ihm mal ein paar Minuten. Bis er gleich richtig schön glüht. Ich würde ja gerne jetzt hier messen. Aber mein Messomat sagt, hi. Der kann nur bis 550 Grad anzeigen. Ja. Napoleon sagt, 960 Grad sollen da entstehen. Ich kann es jetzt nicht nachmessen. Aber man sieht schon so ein bisschen das Rote. Ja. Ach, das ist auch richtig heiß. Also. Rösteromen. Rösteromen. Ganz neu definiert. Ich sage jetzt einfach mal. In your face. Rösteromen. Das ist die neue Definition. Ich freue mich drauf, wenn ich da mein erstes Steak drauf sizzle. Ich mache den kleinen jetzt hier mal aus. Wir wollen ja nicht unnötig Gas verschwenden. Und wir kümmern uns jetzt mal darum, wie sieht es denn hinten eigentlich aus. Das hier vorne. Das ist ja leider nur eine Blende. Ja. Also das ist jetzt hier keine Tür oder sowas alles. Das finde ich ein bisschen schade. Aber man muss natürlich auch dabei sagen, das Ding kostet unter 1000 Euro. Ich habe eben geguckt, im Netz kriegst du das schon für 777 Euro. Das ist ein Schnapper. Da können viele günstig Grillhersteller bald wahrscheinlich einpacken. Napoleon im Garten stehen zu haben oder jemand anderen. Ich würde Napoleon definitiv vorziehen. Und hier sind wir auch schon auf der Rückseite angekommen. Hier unten passte locker auch eine 11 Kilo Flasche rein. Ich habe jetzt die 8 Kilo Flasche reingepackt. Reicht mir bei dem kleinen Süßen. Ich muss allerdings noch das Körbchen ein bisschen nach oben setzen, weil beim Rollen schadet es über dem Boden. Das finde ich ein bisschen unsexy. Hier ist jetzt ein Lüftungsschlitz. Und ja, was soll ich sagen? Der ist im Grunde ja nur Deko. Weil wir haben ja eben gesehen, was da für ein Höllenfeuer in Garraum produziert wird. Das ist natürlich schon echt absolut phänomenal. Was auch noch super ist, das zeige ich euch jetzt. So, das ist jetzt hier. Unter der Sizzle Zone. Das ist hier eine Verstärkung von der Sizzle Zone, damit wir das Schätzchen natürlich auch noch durch die Gegend schieben können. Was anderes noch, was cool ist, hier können wir prima an unsere Fettaufwandschale kommen oder an die Fettaufwandwanne. Ne, doch, ja, egal. Hier ist auf jeden Fall dann noch mal das Abtropfblech, was wir auch noch mal reinigen können. Also ganz viel durchdacht. Und hier finden wir noch mal das Auffandwändchen, so möchte ich es mal benennen, von der Sizzle Zone. Einfach nur hier reingeklemmt. Und das reicht auch schon. Da läuft dann das Fett rein. Ich finde, das ist ein sehr durchdachtes Konzept. Mein Gott. Ich musste die Szene eben mit dem Flaschenöffner mehrmals nachdrehen. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da immer wieder schiefgegangen. Wie unangenehm. Und hier seht ihr jetzt noch mal den Grill in voller Pracht. Und ich stelle mich jetzt einfach mal frech wieder daneben. Hier ist er noch mal in ganzer Pracht. Der Grill und der Grillmeister. Und mein Bierchen. Ich finde, das ist eine runde Sache. Klar, hier muss man ein bisschen mehr zusammenbauen. Das ist natürlich auch ein bisschen dem Preis geschuldet, Wenn man jetzt in die Vogue oder in die Prestige Schiene geht bei Napoleon, da bekommt man ja im Grunde schon fast die fertige Grillkiste schon vor das Haus gestellt. Beim Freestyle muss man noch ein bisschen Hand anlegen. Was ich aber sehr cool finde. Man musste zum Beispiel auch wirklich die Sizzle Zone einsetzen, festschrauben, den Starter einsetzen, festschrauben und und und. Und finde ich persönlich, hat einfach mal ein bisschen Charme, noch mal so ein bisschen handwerkliches Geschick zu zeigen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen bei den Schrauben und bei den Muttern, wenn ihr die festzieht. Manchmal will die nicht so richtig. Vielleicht sollte man sich da noch mal einen Seitenschneider, nicht einen Seitenschneider, wie heißt das, einen Gewindeschneider zulegen oder ausleihen von irgendwelchen Nachbarn, die vielleicht einen haben. Oder aber wirklich ganz vorsichtig die Sachen montieren. Werkzeug war leider nicht dabei, was ich schade finde. Normalerweise ist bei Napoleon immer ein Werkzeugschlüssel dabei, sodass man das ganze Gerät auch montieren kann. Hier leider nicht. Die 5 Euro hätten sie noch investieren können, wie ich finde. Aber nur gut, es ist trotzdem ein rundum schönes Gerät. Er steht auch schön da in seinem Grau-Metallic mit schwarzen Applikationen. So nenne ich es jetzt mal. Ich freue mich drauf, wenn ich darauf grillen darf. Und wenn es jetzt euch gefallen hat, dann freue ich mich über Daumen nach oben, über nette Kommentare und natürlich auch über ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier drauf was grille und wenn es heißt Papa liebt Fleisch, Hanna Barbecue.